Ladies and Gentlemen, es ist wieder Zeit für eine Polizei-Deep-Folge gegen Stadion Amir! Es ist Officer Amir. Wir haben heute klasse OP-Autos, wie zum Beispiel die Polizei Brabus, ein OP-Chrome-Tesla, auf der anderen Seite haben wir den OP-Alfa-Romeo-Super-Edition und einen BMW. Ja Leute, ich muss nichts viel sagen, wir haben eine OP-Folge des Jahrtausends, die Polizei ist bereit, die Polizei ist aber schlecht und ich würde sagen, bevor... Ja, okay, Amir, hast du dich beruhigt? Ich wollte dir nur zeigen, wie gut ich schießen kann. Ja, okay. Ganz an deinem Ohr vorbei. Ja, okay, dann werde ich jetzt einfach mal zurückschießen und einfach eure Reifenplatz schießen. Perfekt. Jungs, ihr dürft losfahren, ihr dürft eure Autos reparieren natürlich und ich würde sagen, Leute, wenn ihr das Ganze fahrt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Let's go, Stadion! Aber Leute, was sie heute nicht wissen ist, diese YouTuber, die sind hier, die denken sich so, okay, es ist eine neue Polizei, die Folge, Freunde, aber nein, es ist eine Hacker-Special-Folge. Ich werde die Jungs heute zum Ausrasten bringen und das wird auf jeden Fall sehr lustig sein. Okay Leute, auf jeden Fall, ich fange natürlich ein bisschen schwach an mit dem Cheaten und werde immer brutaler, brutaler, brutaler und es wird einfach zu gut sein. Deswegen Leute, ich freue mich auf die Folge. Jungs, also ich habe mich jetzt schon versteckt. Also ich sage dir nur eins, Ruzak, du wirst heute keine Chance haben, du kleiner Dulli, Alter. Ja, ich werde heute keine Chance haben, ihr seid die krassesten. Ich habe noch nie so gute... Jungs, weißt du, wie OP diese OP-Brabusse sind? Ja, Bro, ich... Guck dich mit der Luft nach Vögeln an, das ist Ruzak für die Geheimtechnik. Bro, guck so viel, du willst nach Vögeln, alles drumherum. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil Ruzak ist auch ein Vogel. Ich bin ein Vogel, weil ich Vögel mag, mein Lieber, okay? So, ich würde sagen, ich klaue jetzt erst mal das erste Auto. Ich steige jetzt einfach mal ein und werde es einfach, ähm, ja, nehmen. Ist in Ordnung für euch? Ja. So, ich werde jetzt einfach damit losfahren und dann werde ich, ähm... Ich weiß gar nicht, welches Auto, glaub ich... Okay, ja, 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 er macht irgendwas mit NPCs, wette ich mit dir. Nee, auf keinen Fall, wieso sollte ich das machen? Doch, 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 wenn er so lange braucht, um das zu erklären, dann ist er gerade am vorbereiten, irgendwelchen NPCs zu sagen, dass sie irgendwo einsteigen sollen. Ahhhh... Bro, Ruzak macht sich schon wieder zur Lachnummer. Deswegen habe ich Russisch studiert, ich kenne die Ruzak, ich bin dein größter Gegner. Äh, achso, okay. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn! Okay, Bro. Oh mein Gott, ich hab ihn. Er ist hier, Bro, er ist... Hä, ist im Auto? Ja, ich fahre... Er ist im Auto. Na, Bro, okay, ja, das ist der NPC. Ja, dann soll er wegfahren, soll er wegfahren mit dem Auto hier, los, fahr weg. Okay, Leute, also der erste Cheat ist jetzt einfach ganz klar, ich hab noch Vehicle-God-Mode drin, das mach ich natürlich raus. Ich hab jetzt... Oh, die sind hinter mir. Äh, Jungs, ihr habt mich bemerkt? Ihr habt mich gemerkt? Ich weiß doch, dass du ein NPC bist. Achso, ein NPC. Du hast so lange gebraucht, du hast zu erklären, dass du... Bro, das Auto ist zu krank. Bro, das Auto ist so ein Hacker-Auto. Bro, was ist das denn? Jungs, wie wollt ihr mich kriegen, Jungs? Hä? Jungs, was ihr auf jeden Fall nicht wissen, ist, dass ich natürlich auch die Autos krass gemacht hab. Ey, Jungs, ganz zufällig, das Auto ist zu krass, tut mir leid, Jungs. Was soll ich machen? Juhl, Bro, also ich, äh, äh, das fehlt ja an der Straße, Bro. Ja, es fehlt an der Straße, Bro. Leute, wir werden uns jetzt noch schusslichere Reifen geben, parallel beim Abhauen, damit die komplett, äh... Oh Gott. Ich muss jetzt kurz die Reifen... Ja, Jungs, was soll ich denn machen, Jungs? Ihr seid so schlecht, Alter. Der ist nicht runtergejumpt, der ist nicht runtergejumpt. Bro, oh mein Gott, ich dachte... Guck mal, wir sind doch hinter dir, was haben wir, du, das volles OP-Auto. Ich dachte, ihr habt OP, brabus, ich dachte, das ist heute crazy, aber... Ja, okay, ich wusste ja nicht, dass du mit deinen Autos direkt rüberdreist. Bro, ich wusste ja nicht, dass ihr so schlecht seid, weißt du, ich meine... Jungs, wer seid ihr denn? Ey, also Jungs, heute, ich dachte, wenigstens eine gute Episode, wo ihr eine Chance habt, gegen mich irgendwas... Oh mein Gott... Bro, er ist gecrashed, er ist gecrashed, er ist gecrashed, er ist gecrashed, schießt direkt um mich, schießt direkt um mich. Ja, schieß mir die Reifen platt, Bro. Oh, 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 oh... Bro, warum hast du keine platten Reifen, Jungs, schon 80 Mal draufgeschossen? Na, ihr trifft halt nicht, hä? Äh, trifft da, äh... Bro, was soll ich machen, wenn ihr... wenn ihr nicht will? Äh, der veräppelt uns, Bro. Ja, ich bin weggeflogen hier, keine Ahnung, ich bin jetzt weg. Leute, wir haben schusssichere Reifen, OP, OP-Auto, und komm einfach weg, das hier tausend. Ja, Jungs, ihr seid halt nicht so gut, Jungs, was soll ich machen? Ja, ey, also, sorry, aber was ist das für ein Auto, das ist so eine Lachnummer. Ja, aber ist okay, das erste Auto war halt okay. Ich weiß jetzt nicht, dass du dich cool fühlst, weil du so ein Auto brauchst. Nee, guck mal, ich sag dir so, wie es ist, das erste Auto war halt OP, kann ich nichts machen, aber, Jungs, ich bin auch weggekommen. Aber sind mir jetzt alle Autos so krass? Nee, nee, das ist das krasseste, glaub ich. Aber ihr dürftet, guck mal, ihr dürftet, ihr dürftet zu mir porten, Jungs. Portet dich einfach zu mir, ist in Ordnung. Guck mal, ihr habt mich fast erwischt, mein Auto raucht sogar, guck mal. Ja, komm, hör, ich bin hier. Oh, was, ich bin nie zurückgeladen, Daniel! Und jetzt, guck mal, zu dem Thema schusssichere Reifen oder sonst was, hier, guck mal, ganz easy. Das Auto ist ohne Gottmord, es ist fast kaputt, es ist am dampfen und ihr habt keinen einzigen Reifen getroffen, Bro. Ja, Bro, das ist halt schnell, ihr habt halt nicht getroffen, guck mal, wie es dampft sogar. Ja, das war echt zu schnell, sag ich dir echt. Das ist halt zu schnell, Bro, kann man nichts machen. Ja, 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 das war doof von ihm. Jetzt hat er das erste Auto. Ja, ja, ja. Guck mal, wie dumm er ist, er klaut das beste Auto als erstes Auto. Ja, ja. Da merkst du auch mal, Russacks IQ 3. Ja, tut mir leid, Jungs, aber wir gehen rüber zum nächsten Leben. Leute, das war zu gut schusssichere Reifen-OP-Auto. Wir machen weiter. So, Jungs, also, ja, was soll ich sagen? Schwache Leistung, Freunde. Ich würde also nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser agieren, so, wisst du? Ich meine, also, ich muss... Ja, aber warum hast du das unterste Auto geklaut? Das ist in der Mitte, ist immer noch da. Ja, Bro, ich wollte ja das mittlere nehmen, aber dann dachte ich so, ihr würdet denken, dass sie das mittlere nehmen. Deswegen ist der NPC reingegangen und solange der NPC drin war, habe ich das andere Auto genommen. Weißt du? Nee, war mir so klar das NPC. Deswegen bin ich direkt zum anderen Auto gefahren. Ja, Bro, was soll ich sagen, Bro? Was soll ich sagen, Bro? Manchmal im Leben passieren solche Sachen halt und deswegen ist es halt so, wie es ist. Aber ich würde einfach auch mal sagen, dass ich jetzt das nächste Auto einfach klauen werde, indem ich einfach einsteige und es nehme. Ist für euch in Ordnung? Aua, jetzt hast du mich einfach erwischt, Bro. Oh, Sack! Ja, das ist einer mit Godmode, Bro. Ja gut, dann darf ich ihn jetzt löschen. Nee, wieso? Na klar, weil ich ihn gekillt habe. Nein. Ich mach doch grad was mit ihm. Du hast ihn, du hast Russack, du hast Russack. Bro, ich mach doch grad was mit ihm. Ich wollte ihm doch ein paar Befehle geben. Wieso machst du dann direkt so? Ja, man weiß, dass du Befehle machst, die du Russack machst. Ja, Junge, Russack, das ist zu tun. Ja, aber dann gib mir doch ein bisschen Zeit, damit ich die Befehle auch durchmachen kann, Bro. Ja, aber weißt du, was dein Problem ist? Du sagst, ja, also ich steig jetzt mal ein, oh klar. Ja, ist doch okay. In der Zeit, wo du so langsam redest und so Sachen machst, weiß ich das mit NPC. Russack denkt auch, wir sind dumm, Bro. Das sind nicht schlimm, Bro. Hey, lass ich mal jetzt direkt gereift kaputti, oder? Weiß ich, Blackjack oder MBK, dass du so schlechte Tricks gegen mich machen willst? Ja. Heißt du, oder? Weißt du was? Dann bist du, dann bist du ein, ein pupsig. Au. Guck nach Vögeln um, wie gesagt. Wenn irgendwas in der Luft fliegt, so ein kleiner schwarzer Punkt, dann schieß auf den. Pff. Hä? Das verwirrt mich wirklich selber gerade, ne? Ey, Russack, mach doch mal jetzt was. Ich mach doch gerade was. Junge, sonst wirst du disqualifizieren, aber ganz, ganz gewalt. Ich fahr doch gerade weg, Bro. Guck mal, ist das lächerlich. Ich fahr doch gerade. Bro, er bewegt jetzt das Auto, er bewegt jetzt das Auto gerade. Bro, ey, ich fahr dir. Es lag, es lag, es lag. Jungs, ey, ich lag. Ich lag. Guck mal, guck mal. Ich lag, ich lag. Yo, ich bin durch den Boden geflogen, Alter. Hallo, ich hab ihm schon acht Headshots gegeben. Jungs, Bro, er hat mich durch den Boden teleportiert. Le, 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 le. Ja, okay, mein PC lag da hoch. Jungs, hallo, ich bin wieder da. Was war das gerade, Digger? Ja, Russack hat Godmode. Ich hab gerade gelaigt einfach, Jungs, steht ich dir das? Ja, ich steh das Auto irgendwo nirgendwo, also. Ich hab das Auto frozen place geglaigt. Bro, ich hab lag. Was du heute machst, das ist wieder eine große, ganz große Eckenrohre. Bro, ich hatte doch einfach nur lag, was soll ich denn machen? Ja, ja. Das ist total lustig. das aus dem kreis gemacht ja gut tschüss soll das denn jetzt hier hat mich einfach erwischt wir haben den typen schon acht leute das ding ist das vielleicht ein bisschen zu auffällig wenn ich mich jetzt wieder schlüssichere live mache ich das jetzt extra schlüssichere reifen weg und machen vielleicht irgendwas anderes müssen irgendwas cooles machen ich habe heute zwei dreifenplatt und Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ihr müsst aber das Auto kaputt machen. Ich hab Goldmord, Jungs. Ein kleines Babychen. Ihr müsst das Auto zerstören auch noch. So, ne? Wisst ihr, wie ich mein? Oh, oh, oh. Oh, Ruzak. Ja, Bro, warte. Ja, und? Okay. Er ist umgedreht. Okay, okay. Ich hab's gesehen, hab's gesehen. Okay, okay. Gut, Jungs, gut. Voll Karahol. Ruzak, du denkst auch, wir sind doof, ne? Ja, ja. Äh, ach man, ihr seid immer noch hinter mir. Mann, 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 Mann. So, weg mit dir. Mann, 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 Mann. Wie soll ich der Polizei heute denn kommen, Jungs? Hä? Hä? Oh, ey. Ey, was ist so für Bremsen, Junge? Bro, was ist für Bremsen, Digga? Ich hab gebremst, bro. Ich fahr jetzt weg, bro. Ich geh's voll. Oh, hier ist auch so. Ich mach's mal. Komm mal zu Brenn, du Auto. wie fühlt ihr meine bremsen eigentlich jungs ja cool der bmw hat übelst klasse bremsen jungs jüngste seite ich hab mein internet weg und jetzt auch voll karafe weg ich hab einfach gute bremsen jungs nur weil er jetzt nicht so bremsen hatte was wollt ihr denn ich bremsen halt ein bisschen jungs entspannt euch doch mal jungs ich gebe mir jetzt noch panzerung hier 100er panzerung leute damit das nicht so schnell kaputt geht die können dann weiter drauf schießen ist gut und weg macht doch die maschinen wie soll ich gut haben alter macht doch mal maschinenpistolen weg was soll das denn die platten reifen weg da sind ich kann euch jetzt mit dem sagen ich habe kein gott nur ich mache ich mache irgendwas nichts mache ich hier kann es mal gar nichts gemacht ich habe ja gesagt eben ist das auto zerstören heute die bremsen des autos dann stattdichten ja bro du bremsen in der luft du kannst ja wie soll ich das machen okay wie gesagt okay sorry ich tue ich tue ich tue ich tue in der luft ja okay ich habe konsolenbefehl cheaten alles nein das ffp einfach offen macht so im place dann brauchst du schnell aber was ich gemacht habe ist nicht frozen place denn ich habe während dem fahren f9 gedrückt und dann ist einfach stehen geblieben aber das ist ja nicht verboten ist auch kein cheaten doch wieso okay in erster recht mache ich dann auch ja ja aber f9 ist ja okay wir auch wieder lassen wir es ihr habt recht jungs nein nein ich schaffe jetzt einfach machen ja macht doch ist doch nicht schlimm macht doch probiert du fährst den vollen sprint und dann drückst du f9 und dann ist halt abgebremst was soll ich denn machen das ist doch nicht okay dann ich habe das ausnutzen der spielmechanik ist ja okay ihr habt recht ich lasse es weil ich fair bin ich lasse es jungs ich lasse es einfach einverstanden deal okay gut dann machen wir das nächste leben als zwei leben habe ich noch für zwei autos let's go so jungs wir haben uns wieder versteckt als ratte ich musste jetzt ein bisschen zugeben damit sie nicht verdacht schiffen dass ich heute cheaten jungs nächstes versteck ist fertig ganz entspannt ganz locker also nicht dass hier jetzt irgendwie viel erwartet oder nicht viel erwartet aber diesmal wirklich jetzt mal for real werde ich jetzt weiter machen er würde jetzt das auto in der mitte klauen er wird das auto in der mitte klauen wieso okay frozen place das hat haben wir noch mal auto fährt wieder auto fährt wieder ja ich hab's umgekippt ja okay sollen da jetzt um das in der geile balancierung 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 sind da geister so es wird balanciert checkst du dass da ist ein geist drinnen wo mein geist mobile ich ablenkt werde ich einfach das auto jetzt klauen so entspannen das nächste auto klauen so okay das auto sicher bmw sicher ja das ist wirklich die aufteilung okay ja aber wirklich jungs ihr müsst auch mal ein bisschen checken dass nicht alles im leben halt gold ist das kleinste ich versuche mal das auto bei weder fahrt kaputt zu machen das ist ja sehr interessant warum hat das auto schutzliche reifen hat ja ich bin ja nicht so eine blau jetzt schon schutz ich habe nichts gemacht ich habe nicht erwischt beim heck wirklich nicht du hast schutzliche reifen reichen macht bei dem auto wirklich nicht ehrlich 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 nicht bloß ist verdammte auto alter jungs machst du schutzliche reifen rausgemacht amir 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 ist das schluss ich habe keine schlussische reifen aber das ding hat noch aber kann auch sein dass der test von alleine hat ich weiß wirklich nicht wussten ich weil ich weiß es nicht ich gucke jetzt wenn er schluss hier reifen reingemacht hat dann brauche ich war ja noch nicht mal einmal in den testen drin wenn sich dann im tester drin gewesen sein ich sag ich doch ich war doch gar nicht drinnen bro die gehen aber nicht kaputt die reine ist vom test also weißt du ja ich weiß nicht was da los ist keine ahnung ja du weißt du nicht was los ist total lustig ist es halt ein geistern er geht jetzt was machen ja ich mach die ganze zeit was ich muss ja ein bisschen was planen bro ich sag dir ich habe gewonnen ja okay wir haben gewonnen ja auch dass die ganze das auto rum fährt ist keine ahnung das auto brennt super ja warum ist ein bisschen zu viel ich muss ja irgendwie brauche ich musste gegen euch irgendwie die autos klauen so checkt ihr ich bin eingestiegen ich war die ganze beifahrer von army construction ja ja okay nur weil ihr so schlecht seid und nicht mal auto fahren könnte sollte autos von alleine brennen und alles kaputt geht das ist echt schnell das ist echt schnell es ist halt schnell dass das größte probleme ist dass er das auto ganze rum fahren lässt ja keine ahnung drüben und rustig alles besser ich war er das auto gerade kopiert ja ich weiß ja bro was ich schoss die reifen geht auch nicht ja wie getestet du hast doch nicht auf die reifen geschossen haben nichts gemacht wo er jetzt heute doch nicht die ganze zeit trust ich weiß auch nicht was man hier hinter die looser alter ja ja danke ja brauch ich muss noch ein bisschen was machen dann wird ihn kommen heute man hier brennt hier sogar weit aber jetzt machen wir was krass ist wir werden unser multiple einfach voll hoch drehen und werden einfach gleich übel schnell sein mein auto geht doch kaputt was soll ich noch mal wie kaputt ist das alter ich schießt sogar mit maschinenpistole ganz schnell drauf ganz allerdings ja ich habe so eine spezielle ja okay ja jungs ja okay ja dann schön so ganz ehrlich ganz ehrlich guck mal ihr müsst sogar cheaten ich habe nicht mal was gemacht ist ja nicht verboten ich muss ja abkommen ja okay ich sage ja ich kann nicht mal abhauen er kann ich mal ist weil er kein autos ja okay und sich jetzt ein bisschen einfach schnell plötzlich ja ihr habt doch selbst das ist jetzt schon wieder sein was ist jetzt schon wieder los was brauchst du wieder wieder heißt irgendwas ich habe doch nichts gemacht was ist jetzt schon wieder los ich bin dann komm jungs ich bin einfach hier unter wasser fertig ist ich bin dann kommen was soll ich machen das war's für euch ja kann ich sein wie du kannst du nicht sehen ich will auch durchgeleuchtet ich bin ich bin ich da ich schwöre ich glaube das ist krumpenfarbig es ist krumpenfarbig es ist krumpenfarbig man sieht dass sie jetzt reflektiert ja vielleicht hast du dich echt gehört ich weiß nicht wo ich die ganze zeit hier die ganze zeit keine ahnung was ich hab halt ganz nur mein jumper gemacht fertig ist jungs ist auch nicht laut ich habe so unter wasser als ob ich ins wasser springe braun muss leider russisch einmal schutz ich habe zwei leben ein auto es geht noch voll klar heute ist heute ist auch eine op folge ich muss euch auch das ding ist er ist auch dusselig weil der bmw ist nämlich der langsamste ja ja deswegen ich bin dusselig jungs ihr geht mal ein bisschen auf streif ich verstecke mich jetzt neues leben neues glück so jungs nächste ding ist los so wisst ihr ich meine also jetzt wirklich so weil wisst ihr ich meine nicht dass sie wieder irgendwelche sachen ausdenken und alles drum rein ganz entspannt einfach ganz normal werde ich jetzt gleich weitermachen freunde heißt es jetzt gleich wieder entschieden im wasser als ob ich ihn freiwillig ins wasser fliege so keine ahnung was heute mit euch los ist warte mal warte mal ach man das nicht ja das finde ich ist okay ich habe heute wie schlecht hast du das denn gemacht ich war halt auf der party ich kann niemand von euch hat gezählt ich habe leise gezählt habt ihr leise gezählt 1 2 3 4 5 ich sehe 5 tot 6 tote das sind mindestens 30 sekunden ich habe nur einige ich habe nur einen gekillt ich bin schlecht ihr zählt ja nicht mal was soll ich denn machen dein leben ist weg ja okay ich verstecke mich neu let's go leute ja ihr könnt also ich kann nur sagen ihr cheat es halt auch mal nur noch ja bro ihr zählt nicht wir sollen wie wir denn schieben ihr zählt weil ihr nicht zählt ihr wenn ihr leute umbringen müsst da hast du wieder versteckt darf ich kommen ja gleich du machst irgendwas mit f9 und sagst zu uns wir schieben ja bro f9 ist doch noch okay ist sie gut oder was ja okay weiter geht's jungs weiter geht's neue runde neues glück ich habe ihn wieder ja okay dann knall mich doch ab was ist denn jetzt schon wieder los wenn du mich er hat davor etwas gespawnt was unsichtbares warum denn jetzt wieder unsichtbar man sieht alles das heißt dass wir unsichtbare cheats bro ja auch von mir spawnt er was oh ich stelle mich jetzt die ganze zeit vorm wagen es kann doch nicht sein bro ich habe doch nichts gemacht bro hat alles hier zugemacht ich habe doch gar nichts gemacht bro wie bro das ist so nice ich kriege oh danke wie fährt ihr denn Auto jungs alles gut bei euch ah er macht die Bilder ein bisschen Kunst ein bisschen bildende Kunst ich kann mich nicht mehr bewegen tut mir leid ich helfe dir bro ich helfe dir okay warte jetzt kannst du ja heute fahren wo ist das Auto hin? welches? oh nein ich verstecke fest ja geht's nicht schlimm bro ich helfe dir ich helfe dir zack und jetzt kannst du Gas geben so oh nein oh nein aus Versehen steig ein aus Versehen bro dein Auto gelockt wirklich aus Versehen da ist er da ist er da ist eins Grüne ja ich seh ihn ich seh er kommt da hinten eh nicht raus er hat da hinten alles zugebaut oh my god ist das Noli bro bro jungs wir haben euch auch alles zugebaut alles gut jungs das euch denn machen digga wie oft digga könnt ihr mal digga also eigentlich schießen wieder weil ihr schießt halt schon wieder jungs jungs ich kann da nicht rauskommen was soll ich denn jetzt machen jungs hä er war einfach unsichtbar bro hä guck mal hier er ist so dumm schießt auf die Reim schießt auf die Reim ja bro möchtet ihr meine Schiepistole wegmachen digga ich repotier mein Auto ich repotier bro solange ne ich repotier die ganze Zeit mein Auto solange ich meine Schiepistole und Sound hab ihr habt noch keine Schiepistole mehr mal hör auf ja ok ok schießt auf Reim schießt auf Reim schnell schießt auf Reim ich sag euch ehrlich also das hier einfach die Reifen gehen nicht kaputt die sind doch gerade geplatzt hä bro wieder geplatzt na komisch nachdem ich gesagt hab dass die nicht platz sind ja ok jetzt genau da in dem Moment sind sie geplatzt ja bro alter wie oft digga ich kann nicht mit dem geplatzen reifen fahren was soll ich denn machen ich kann nichts machen digga die Reifen sind platt digga ey mann das Auto fährt sich so schlecht jetzt mit geplatzen Reifen Jungs mann mann reparierst du? nein bro wie ich hab Reifen repariert stop 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 nein hab ich nicht was nein das hab ich gesehen was denn bro dass ich in der Luft den Knall gedrückt hast nein ich hab Lack gehabt bro ich hab Lack gehabt bro wirklich Lack nein nein wirklich Lack bro ich hatte Lack bro chill doch mal ein bisschen so willst du spielen? Jungs er hat immer die Reifen repariert hat der schutzliche Reifen dann gemacht ja 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 ist das dein Ernstlosig ey was ey die platzen doch digga hä ja die ja die ja die ja die ja die Jungs sie sind doch geplatzt wie soll ich denn so fun die platzen bro die auf die platzen ey Jungs Jungs das ist echt unfall jetzt digga meine Reifen sind schon 10 mal geplatzt ey Jungs ja ok ne jetzt mal for real jetzt ehrlich jetzt wenn ihr mich kriegt guck mal ich mach mir jetzt Player Godmode raus wenn ihr mich raus schießt ich schießt ihr mich raus und das Auto ist irgendwie echt gut digga sag euch Alter Bro ihr cheatet einfach Jungs also wirklich das geht echt ein bisschen zu weit er hat in der Luft wieder F9 gedrückt er hat in der Luft wieder F9 gedrückt in der Luft wieder F9 ja ey mein Auto ist weg ja mein Auto wurde diesmal wie diesmal ja ok jetzt ist dein ja ok ja ok ja ok und dann was hab ich damit zu tun ich hab digga ihr seid so schlecht Jungs also ihr seid ja ok das gleiche kann ich auch rustig bro was denn bro was denn ich hab doch in der Luft gesehen wie du F9 gedrücktest und du perfekt runterlässt Bro ich bin doch einfach nur runter gegleitet rustig rustig bitte Jungs ihr cheatet einfach komplett digga Bro er hat trocken von dem Auto er hat trocken von dem Auto ja ich hab euch gesagt ich hab ihn grad mit Raketen einfach getroffen bro ich hab doch gesagt solange Raketenmeffer und so was habt hab ich auch Repair Vehikel drin ja bro äh das macht gar keinen Sinn bro es repariert sich automatisch ich hab Auto Repair gemacht bisschen so ey Jungs könnt ihr auch mal zertrollen ihr mit ey guck mal Pistole weg ich mach jetzt ein Angebot mach doch mal die Raketenmeffer dann machen wir einen normalen Verfolgungsjagd das consumable du machst di夏 okay fertig wir dürfen zu mir kommen du bist du mir kommen macht bitte normal anstandschlägt warming sein Auto mein jungs die ganze Zeit no du gehst military erste reifen platz und dann die kommen jetzt auch erstellt ich jetzt auch so jetzt stellt sich einfach hin hat die art jeder von euch bis zu in der hand nichts anderes okay dann 321 normale verfolgung ganz normal ganz normal jungs ganz das ist jetzt schon wieder doch schon wieder reiten nein habe ich nicht wo man heißt es am platz gucken platz wieder gerade vor ihm also dass sie so ich mache jetzt komplett verplayt verfolgungs links weg und ihr redet irgendwas von dings und allem drum und dran schießen mit rpg mit maschinenpistole ich muss mich auch werden gegen diese ganze trotzdem kriegen ist doch gut ist doch eine normale verfolgung ich sage doch ich war gar nichts ich habe lag hier gerade ich würde sagen lasst ein like da ich glaube ich bin gekommen bis zum nächsten mal ja klar ja ja hau rein